Und wir schauen nach Israel, auch ein ganz Land, wo in den letzten 24 Stunden sich sehr viel getan hat. Also ähnlich wie hier in Europa, aber auf eine ganz andere Art. Ich stelle Ihnen kurz in zwei Bildern die handelnden Protagonisten vor. Da haben wir zum einen den Regierungschef, natürlich Benjamin Netanyahu, den kennen Sie. Und auf der anderen Seite haben Sie Benny Gans, den Minister. Der trat in die Notregierung ein, das Kriegskabinett, wie es sich nennt. Und heute meldete er, tritt wieder aus, Luc Walpott in Israel. Wie ist dieser Schritt einzuordnen aus Ihrer Sicht als Korrespondent? Gans hatte vor einigen Wochen Netanyahu aufgefordert, endlich Pläne vorzulegen, wie es weitergehen soll in Gaza. Gans selber ist lange Berufssoldat gewesen. Er war Generalstabchef, er war Verteidigungsminister. Ein Mann, der auch international hohes Ansehen genießt und auch bei den Amerikanern großes Vertrauen hat. Und er hat eben das Problem gesehen, dass es nicht reicht, Krieg zu führen, sondern man muss auch eine Exit-Strategie haben. Man muss für den Tag danach planen. Insbesondere muss eine Strategie vorgelegt werden, wie soll es weitergehen nach dem Krieg, wenn es mal eine Waffenruhe gibt. Wer soll den Gazastreifen regieren? Da hat er Netanyahu aufgefordert, endlich etwas zu tun, weil Netanyahu in dieser Sache bislang nichts getan hat. Absichtsvoll nichts getan hat. Netanyahu möchte nur diesen Krieg, möchte nicht darüber nachdenken, was danach ist. Das hat ganz nicht gepasst. Er hat ihn aufgefordert, ultimativ aufgefordert, etwas vorzulegen. Andernfalls werde er zurücktreten aus diesem Kriegskabinett. Das hat er jetzt gestern Abend vollzogen, diesen Schritt. Und das schwächt Netanyahu nicht über alle Maßen. Denn wenn man auf die Knesset, auf das Parlament schaut, dann hat die Regierungskoalition von Netanyahu immer noch eine Mehrheit, 64 der 120 Mandate. Denn Gans war ja aus der Opposition wegen des nationalen Notstands in diese Kriegskabinettslösung eingetreten und ist jetzt wieder ausgetreten. Also parlamentarisch schwächt das Netanyahu nicht. Diplomatisch und intern schon. Denn er ist jetzt noch mehr angewiesen, Netanyahu, auf seine beiden rechtsextremen Koalitionspartner. Und die haben nun ganz klare Vorstellungen, wie es in Gaza weitergehen soll. Und das deckt sich nun überhaupt nicht mit dem, was international gefordert wird. Denn die wollen Gaza besetzen, die wollen dort neue Siedlungen schaffen. Und am Ende letzten Endes auch die Palästinenser, die dort wohnen, mehr als zwei Millionen Menschen vertreiben. Das ist die Ausgangslage. Dieser Druck wird jetzt auf Netanyahu wachsen, nachdem Gans weg ist aus dem Kriegskabinett. Und auch der Druck der Amerikaner wird natürlich größer werden. Zur Stunde oder in einigen Minuten wird Außenminister blinken. Der amerikanische Außenminister hier erwartet. Er war am Nachmittag in Kairo, hat dort geredet mit den Ägyptern. Man versucht natürlich, die Hamas zu bewegen, das vorliegende Angebot anzunehmen. Aber so weit ist es noch nicht. Die eine Frage, die ich noch habe, ist die USA. Sie sagten ja, Benny Gans war den USA sehr gut vernetzt, sehr wohl gesonnen. Jetzt ist er raus. Das klingt alles von dem, was Sie mir sagen, dass Benjamin Netanyahu quasi gegen den Rest der Welt langsam kämpft. Ja, das kann man durchaus so sehen. Wobei der Rest der Welt, das muss man schon noch abschwächen. Zum einen beispielsweise steht Deutschland immer noch an der Seite Israels, wenn auch mit deutlicher Kritik am Vorgehen der Israelis im Gazastreifen. Aber eben die USA stehen immer noch, auch zu Netanyahu. Nur die Kritik wird deutlich härter und auch präziser, auch der amerikanischen Partner. Wobei den Rest der Welt hat Israel im Prinzip schon verloren. Das muss man leider so krass sagen. Man hat aber nicht den Eindruck als Beobachter hier im Land, dass das Netanyahu und erst recht nicht seine Koalitionspartner stört. Da ist so ein Wagenburg-Denken, hat er eingezogen. Man fühlt sich von der ganzen Welt im Stich gelassen, falsch verstanden. Man wirft beispielsweise der UN und auch der UN-Spitze Antisemitismus vor, wenn Kritik kommt am israelischen Vorgehen im Gazastreifen. Also man igelt sich da ein, Netanyahu und seine Koalitionspartner. Und das ist natürlich keine gute Entwicklung. Aber ich denke, dass von Netanyahu Seite dieser Krieg erst mal fortgeführt werden wird. Und deswegen hoffen die USA, dass Hamas sich vielleicht bewegt. Aber danach sieht es im Moment auch nicht aus. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Auch wenn sie leider eher negativ sind, sage ich jetzt mal aus nicht-israelisch-Regierungssicht. Für diese Einschätzung, Lück Walpott war das live aus Israel. Ich danke. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Vielen Dank.